so gehen wir auch noch mal etwas ältere abowünsche an ich habe ja gesagt das ein oder andere probiere ich noch mal weil es auch nicht so toll gelaufen ist gilt natürlich auch nur für die spiele die ich gerne spiele also die spiele von denen ich persönlich schon gar nichts halte und die dann auch noch schlecht liefen die werde ich nicht mehr wiederholen das ist mir einfach das geld zu schade aber magic tree ist eigentlich ein sehr schönes spiel das mir persönlich hat auch spaß macht darum genau wie ein paar andere die ich dann auch noch mal wiederholen werde schauen wir mal was geht hier so Oh, endlich. Die erste Serie. An diesem Tag. And here we go again. Lass krachen, Baby. Toll. Noch toller. Und die Steigerung davon ist? Ach, schade. Schießt du in die Höhe. Das ist gut. Das Bäumchen muss ja groß werden. So, bitte nach links abbiegen. Danke. Noch mal nach links. Links unten, bitte. So, bitte unten. Ganz unten. So, links bitte. Jawoll. Oh, war doch ganz okay für 20 Sekunden. Oh, war doch ganz okay für 20 Sekunden. Ich spiele das jetzt nur noch bis 30 Euro, denn es ist noch ein anderes Spiel, sich gewünscht worden, was ich noch gar nicht drinne habe. Im Custom. Im kleinen rechteckigen hier. Das gehe ich dann gleich mal mit 30 Euro an. Das ist eigentlich ein Lieblingsspiel von mir von früher. Da hatte ich früher schon mal mit meinem Aspach-Uralten Nokia-Handy ein Video gemacht. Das müsste sogar bei YouTube irgendwo drinne rum. Ja, doch, da sind in YouTube drin. Das ist aber schon Ewigkeiten her, wo ich dieses Video gemacht habe. Da hatte ich schon noch einen Knochenhals-Handy. Und dementsprechend war auch Bild- und Tonqualität. Oh, Pilze. So, dann gehe ich da mal drauf. Und wie gesagt, das war halt ein Wunsch. Na, steht leider hier nicht. Ach, sorry. Mein Fehler. Ah, die Nummer jetzt gerade vergessen. Wie war sie? So ähnlich war die Nummer. Also es ist fast die gleiche Nummer gewesen. Deshalb habe ich mich gerade verteilt. So. Habe ich früher super gerne andauernd gespielt. Und früher die Knallerbilder schlechthin immer bei dem Spiel bekommen. Aber auch das Spiel hat schwer nachgelassen. Zu früher. Ich habe früher auch einen Goldliner und Platinum waren die zum ersten Mal drauf. Habe ich hier super gerne gespielt. Allein schon das dreckige Lachen, wenn ein größerer Gewinn von 2,50 Euro kommt. Finde ich geil. So, zwei Schiffchen bitte. Also das Spiel ist halt so ein Spiel für mich. Das spiele ich super gerne mit hohem Einsatz. Das habe ich sogar im Casino mal ausprobiert. Mit 6 Euro Einsatz die Runde. Hat auch zigmal Freispiel und alles. Trotzdem am Ende Null. Ah. Komm, Freispiele. Nö. Konnte ich schon sehen. Jetzt. Ah, einen drüber. Habe ich mich vertan. Er hat doch mal ein bisschen beruckelt. Ich glaube, der hat mal kurz die Walze angehalten, um zu sagen, nö, du kriegst keine Freispiele. Säge. Wie ist es? Ents чет. Ja. Jetzt. Wie ist es? So, jetzt werden wir mal ein schönes Bild fällig langsam. Immerhin schon 75 Cent. Boah, das Schiff 1 zu tief. So, letzter Versuch. Ach, dann geht der noch nicht mal auf 12 Euro. Oh, ein Freispiel. Komm, und 3 Truhen jetzt. Alles klar, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Bis dann, tschau. Bis dann. Bis dann.